Servus, Tag 5? Ich denke schon. Keine Ahnung, weiß schon gar nicht mehr. Also ich habe entschieden, dass ich das Fenster hinten weglasse. Ich habe jetzt da eine Lattung hingeknallt. Bin mit dem Boden ein Stück weiter. Habe ich auch weiter gemacht. Wieder alles schön stabil. Und hier sieht man die Lattung. Gerade am leimen und zusammendrücken und so, wie man es halt kennt vom Holz. Sonst habe ich heute den ganzen Müll weggefahren. War ganz schön Arbeit. Alles was wir rausgerissen haben. Und so sieht es jetzt aus. Auf der Baustelle. Die Decke habe ich noch gar nichts weiter gemacht. Habe jetzt erstmal hinten, dass ich bald zu machen kann. Baustelle, Holz und so weiter. Das sage ich mal von außen. Von außen hat man noch nicht gesehen. Das sieht ziemlich schäge aus. Aber machen wir auch alles neu. Streichen und so. Abdichten. Da sieht man auch die Leisten, die klingen noch. Da habe ich den ganzen Müll entfernt. Und hier sieht man von außen besseres Licht, dass ich da die Lattung angefangen habe. Und jetzt muss ich dann noch von da nach hier den Bogen machen. Auf beiden Seiten. Ja. Ich habe schon mal das da hingeschraubt, weil das da weghink war. Habe ich mal auf den Kopf angehauen. Und die Außenhöhe, wenn die fest verschraubt ist, die macht den ganzen Scheiß schabier. Habe ich gemerkt. Weil ich nämlich nur drei Schrauben rein habe. Und es wird schon richtig fest. Ich habe das erst vor zwei Stunden geleimt. Das habe ich jetzt gerade gemacht noch. Okay. Horizontal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. See ya.